Wisst ihr, welche Art von Geschöpfen tatenlos auf den Schlacht erwartet? Schafe! Die Ritter der Eisernen Legion waren einst unbesiegbar. Nun nicht mehr. Heute beugen sie ihr Knie vor Herren, welche die Lehren des Krieges verraten haben. Die Samurai des Sonnenimperiums sind furchtlose, disziplinierte Krieger. Doch ihr Kaiser entehrt sie mit feigen Gesetzen, die den Frieden wahren sollen. Am schlimmsten aber steht es um die Kriegsblutclans der Wikinger. Diese einst berüchtigten Kämpfer haben die Äxte niedergelegt, um ihre schwachen Familien zu unterstützen. Feiglinge, wir müssen für Sie tapfer sein. Wir können kaum hoffen, überall Krieg zu entfachen. Oh doch, wenn wir unsere Feinde dafür gewinnen können. Fehl nichts mit sie! Ich bringe ein Zeitalter der Wölfe. Du wagst es! Tausende meiner Landsleute starben! Nun, hier ist eure Chance auf Rache. Du und deine Krieger werdet lernen, zu leben wie der Rest von uns! Apollyon hat uns ausgespielt. Einen gegen den anderen. Wofür? Die Schwachen auszumerzen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Durch mich werden sich die Wölfe unter ihnen wieder erheben. Für wen hältst du dich? Krieg. Ich bin der Krieg. Ich bin der Krieg. Ich bin der Krieg. Untertitelung des ZDF, 2020